hallo leute herzlich willkommen hier zu einer weiterpart hier ins platoon 2 online wir gehen direkt hier ins waffenarsenal party und haben endlich unsere waffe freigeschalten die wir an diesem part ausprobieren werden hallo hallo wie kann ich dich bewaffnen ich habe hier die falsche auswahl an waffen überhaupt schau dich ruhig um für dich jetzt im angebot medusa klicks roller für den medusa klicks roller haben die designer von medusa all ihre kreativität entfesselt stellt beim färben eine sprungbeue auf und holt ein team zu dir um den gegner vollends ins chaos zu stürzen und wirst du mal umzingelt stell dich in die sevisphäre und dreht den spieß um in diesem set gibt es nur eine richtung nach vorn außerdem ist für dich jetzt dieses schmuckstück hier verfügbar mp click stopper mp präsentiert die mp click stopper die curling bomben ärgern den gegner beim vorrücken schon auf distanz ist die distanz zum gegner im noch groß schwingt ich mit dem tinten diese in die lüfte meine empfehlung für spieler die dank der fähigkeit zu rollen noch flexibler sein wollen außerdem ist für dich jetzt dieses schmuckstück hier verfügbar dual platz der dual platz ist wieder da aber jetzt in einer veränderten variante da als doppler das andere merkmale sind akkurat das feuer über relativ große entfernung nach dem rollen detektoren und schwarm raketen halten den gegner zusätzlich auf trap falls er dir zu nahe kommt weißt du einfach per roll aus empfohlen für spieler die team mit hoher beweglichkeit unterstützen wollen und den werden wir ich will den kaufen werden wir hier in diesem part an testen wunderbar da würde ich sagen sehen wir uns gleich im standard kampf wieder und das sehen wir wieder hier in der perlmuth akademie ich habe es genau nachgeschaut aber hoffentlich sind es nicht die gleichen menschen im letzten port da kam auch noch die perlmuth akademie auch noch sehr häufig vor naja gut egal dann muss jetzt auch endlich mal gebacken bekommen endlich auch mal die jetzt habe ich den namen von der pfanne waffen vergessen scheiße ja das ist jetzt richtig peinlich aber auf jeden fall um mal auf den punkt zu kommen mich hat es gefreut dass er endlich mal wieder da sind zwar als einzelne waffen und nicht komplett weil man wie bei den duo kleckser diese lassen sich halt wie die duo kleckser halt spielen das ist halt so der einzigste nachteil vorteil naja man kann halt halt auch rollen ausführen aber der einzigste vorteil was sogar ganz gut ist wenn man hier eine rolle ausgeübt hat wunderbar läuft doch wunderbar habe ich endlich wieder fangen das einzigste was halt ist es hat jetzt kein großer nachteil okay das war jetzt richtig scheiße ist wenn man eine rolle ausführt steckt da in klingen die die zwei einzelnen waffen zusammen zu einer soll halt die wirkliche waffe aus dem ersten teil halt darstellen nach finde ich auf jeden fall cool endlich habe ich freigeschalten und ja wenn es mal gut läuft dann werde ich auch mal ein zwei parts da dauern hat dauerhaft nutzen mal schauen auf jeden fall ganz gut einfärben lohnt es ja auf jeden fall schießt auf jeden fall schon recht schnell als ein normaler platscher du kannst hier das vergessen ganz vergangene besuchen aber es wird nichts läuft doch ist doch wunderbar ich könnte auch mal die schwammere ketten einsetzen bin wirklich direkt drei an die sie läuft doch gut ein habe ich schon mal die anderen beiden sind sehr gut ausgewichen dabei da kommen die ganzen kills aber bei da können dass wir dort diese regen der gibt er wirklich auch ein zwischens auf den nerven ja aber das dummste ist auch noch dass ich mich sogar für diese verkackten die gegner noch das ist ich bin einfach so hat drauf gegangen einfach weil keine ahnung ich kann es mich selber nicht erklären alle gut unter dem hat noch von zwei sekunden im blick auf die karte ist wieder ganz gut aus nennen das war das war keine gute idee scheiße ich habe auch keine 10 mehr zu können ich war so gut aushalten das hat der einzigste nachteil man kann so eine rolle ausführen was so irgendwie auszuweichen aber man kann nicht immer wieder so schnell hintereinander die rollen man kann halt nur zweimal hintereinander die rollen halt machen und dann na was ist denn jetzt los ja gut hat es auch nicht so viel gebracht aber naja gut aber was was halt sagen würde wollte man kann zweimal hintereinander die rolle ausführen da machte irgendwie eine kurze pause warum auch immer und kann dann wieder mit zwei rollen hintereinander ausbilden das finde ich ein bisschen lächerlich werden verloren wunderbar aber die kids lassen sich sehen respekt also ich könnte mal mit den platzscher sehr gut umgehen duo platzscher ja ich weiß den namen leider nicht mal das ist so kostgebächtes ich habe manchmal so ein krasses blackout aber oft topic gedöhnt kommt hier nicht vor deswegen sehen wir uns gleich in der nächsten runde ich habe nichts gegen den palmer akademie aber soll leider sagen könnte auch mal eine andere map kommen aber naja danach geht sowieso im rangkampf weiter da passt das schon bin sowieso ein bisschen lächerlich warum es nur zwei maps gibt die web beim spec fest sind dann immer 3 aber naja ach ja apropos platz fest jetzt dieses thema anzusprechen ist zwar schon sehr verspätet weil es schon manche jetzt schon so in verschiedenen bieten schon gebracht haben aber dass wir sowas von der grille und ja wenig ist halt trotzdem auch wenn es schon zigtausend andere leute gemacht haben was mir egal ist und ich will es trotzdem erwähnen und zwar wird es nicht mehr unterschiedliche maps geben dann gehört dass du gelecktes ops vielen herzlichen dank dafür ich hasse dich nicht jedenfalls gibt es dafür eine exklusiv für eine exklusives blättfest map die finde ich sogar wirklich richtig gut das ist lohnt sich auf jeden fall sie ist sie doch wunderbar aus das kriege ich noch hin und da kommt schon ich habe keine tinte what the fuck bedrug was ist ja jedenfalls habe ich sie noch mal zwei leute sollen oder so irgendwie so ähnlich ob er es aufzulecken what the fuck man alter geht es geht es mir gerade so richtig auf den sack das ist so das einzige problem aber manchmal na komm ich treffe dich ich treffe dich ich treffe dich komm her ich wollte jetzt extra kommen ja 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 wunderbar ich hab's jetzt extra so ich hab's jetzt extra so gemacht bevor ich hier dreht auch die offensive gehe oder so habe ich am besten wenn wir lieber gewartet kommt wie schnell hin da passt ja fast alle schade wenigstens passt schon so aber dann muss ich ehrlich sagen ist ganz schön aber dann irgendwie schade da ist nur eine exklusive map ist für split fest ne ob er so auf ok gut zum glück wurde ich nicht gestorben dadurch und zwar das richtig lächerlich gewesen aber so richtig zu kotzen aber so wie es aussieht hat unser team soweit die gegenhand überzeugt das ist doch lächerlich ich habe schon wieder keine tinder gehabt ich hätte wahrscheinlich sicherlich gehabt safe bestimmt aber kriegt du einen hitmarker bringt mir nichts überhaupt nichts und jetzt sind konnten mich als ausbaut du scheiße das blatt hat sich soeben gewendet kurzer schluss krieg ich noch ein schade aber bei ich dachte ganz knapp hat unser gegner team noch gewonnen weil es schon echt anders aussah aber war doch noch ganz ok ich konnte mich zufrieden geben und dann würde ich sagen ja sehen wir uns im rankampf wieder na gut dann habe ich endlich mal eine andere map wie hier in dem fall stör werft dann kommt noch eine molluskelbude noch hinterher als zweit map aber geht das euch auch so mittlerweile ich treffe nicht immer aber ab und zu auch wenn es nur ein zwei leute sind oder so kommt drauf an das ist leute die irgendwie keine ahnung im klaren tag irgendwas mit g und k haben ich raff das nicht hat das irgendeine bedeutung ist das irgendein offizieller klaren für irgendwas ist das keine ahnung erscheint vielleicht irgendein klaren zu sein ich raff das einfach nicht jetzt mal wenn ich sie ich weiß nicht das geht es um keine bisschen auf die nerven ich weiß auch nicht warum wir spielen gerade übrigens operation goldfisch schön verteidigen scheint irgend klar zu sein anders kann ich mir das nicht erklären jetzt habe ich noch einen wie einer anvisieren und da wird schon von hinten gekillt geil er muss schon von hinten ran nehmen die mögen es doch alle habe ich ja das gefühl ne die lebensposition ach ja und apropos habe ich noch gar nicht angesprochen weil ich frage warum mit facecam hat einfach mal bock drauf also daher ich würde es eigentlich so machen dass ich online da keine facecam benutze aber dann bei story halt nur ab und zu machen wenn ich halt mal lust habe und so aber naja halt halt mal lust drauf und ja ist halt mein ding komm komm dann aber bei uns sieht es gerade etwas gut aus ich hab diesen nicht strahl gesehen aber aber irgendwie ich hab nicht so still reagiert ist ja klar dass es uns auch ein cyber war und so ne ah man nein was ja nur so ein bisschen aufgeladen zum glück hat mich der hochdruck für unreiniger nicht getroffen oder wie ich sag mal deine feuerlöscher oder im englischen klingt wenigstens besser stingray nee du wirst hier nicht mehr herankommen das kannst du hier vergessen weil ich dich jetzt schön anvisiere wenigstens beide zwei ein paar leute aber bis jetzt haben wir immer noch den vorrang dennoch den vorteil irgendwie so in der art vielleicht wäre hier das ist einfach eine gute idee naja aber bei nicht bei nicht bei operationen goldfisch in er bei turmkommando oder so da würde ich es sich besser anbieten ich vergesse das ausweichen ich vergesse das ausweichen ich glaube das ist das größte problem momentan kommt schon kommt schon kommt schon wir müssen wenigstens unser standpunkt verteidigen wie weit wir gekommen sind ja ja ne 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 verpiste ich hier ich habe keine zähne ok ich war damit richtig schön von hinten genommen naja ne vorbei es war doch von vorne mach das macht das ganze nicht so ganz schlimmer naja dann noch zwei minuten wir sind immer noch weiter gekommen als das gegnerische team oh the fuck oh ich bin aber sogar sehr gut ausgewichen oh nein man verpiste ich ich habe schon wieder keine alter was ist denn ja los hey da ist das deklativ richtig am abkacken was die ganze zeit so am failen bin und das kriegt einfach diesmal an wie gar nicht denn ich bin schon was ist denn los ey man wenn das so weiter geht führen die dann noch gleich nein ich gehe den umweg egal egal hauptsache soweit erstmal gut gemacht hoffentlich was ist denn los was ist denn los ach man wenigstens das teil irgendwie verteidigen der sniper geht an übelst auf den sack ne verpiste ich werde mich jetzt um den sniper kümmern ah ne ist ja kein sniper scheiße ok ein wenigstens dann wieder nach vorne ah hier ist es sogar einer zwei ein vision ja gut jetzt kommen einfach nach vorne pushen oder versuchen irgendwie ok scheiße das können wir halten das können wir noch halten wenn wir die goldfisch kanone haben dann können wir soweit stoppen kommt schon kommt schon nein 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 nicht gut nicht gut nicht gut dann nach hinten ja ja komm her komm her komm her ja geil beim irgendwie ein gater team in unserem team war kein schwein in der nähe ich habe den kann allein aufgehalten das war ja noch ganz einfach so nach vorne gegangen bestimmt aber zum glück habe ich noch aufgehalten war ein bisschen schwierig muss ich zugeben die gegner hätte ja noch die überhand noch gewinnen können aber zum glück war dem nicht so gewesen zum glück ja ja gut letzte runde im rankampf mal schauen wie sein abläuft bis gleich ja dann haben wir hier in der letzte runde sind halt auch mal ein störwerft passt schon irgendwie in der art gut dann geben wir hier für die letzte runde dieser wort unser bestes einfach mal nach vorne pushen naja wobei ich kann ja mittlerweile schon mal meine ulti schon mal aufladen so ein bisschen teilweise geht es nicht hin nach oben zu gehen ah den detektor kann ich ja schon mal aktivieren wenn irgendeiner in der nähe befindet nehmen wir das teil mal gerne ne bye bye ok das war gerade eine doofe idee ich glaube ich gehe lieber drum herum aaaah verdammt boah sieht das halt ganz gut aus glaube ich aaaah aber ich bin schon recht weit nach vorne gegangen das hat sich schon mal gelohnt für ein first try hätte sogar was werden können aber das gegen team konnten noch recht gut verteidigen naja vorbei bei der feuerlöscher hat mir hat mir alles zunichte gemacht jetzt mal die schwammaketen ein ich werde das mal versuchen einfach mal so den zu treffen ja aus dem spot erstmal weg geht für kurze zeit was soweit haben wir erstmal nur so ab und zu mal die goldwischkanone ja wahrscheinlich ne genau aber das ist eine riesen explosion ey das ist so zum kotzen das hat sich mal sollen das jetzt hier ne nichts ist wir müssen die 30 erstmal so gut wie möglich verteidigen das können wir nicht angehen dass ich hier die hälfte der arbeit gemacht habe dann kommt das gegner team und pick uns also ne mit mir nicht ich du bist es noch einfach der klicks prototyp genauso na da weniger na scheiße ist grad zu viel los was ist hier aber wir sind in der nähe im gegner spawn kommt schon ich weiß sie können das schaffen ich glaube an euch ich würde mich jetzt auch erstmal nach vorne begeben ah das war doch ganz gut ne mit dem sniper hier aber bei ah fuck war das scheiße das war wahrscheinlich der sniper scheiße aber auch mal angehittet ne kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon geht zur goldwischkanone wir müssen wenigstens unsere 30 verteidigen das war das war der knapp ey ja ich sag gut mit den körlingbomben mein gott wird jetzt hier nach oben gehen ich komm nicht rum ok gut immer weiter nach vorne immer weiter nach vorne immer weiter nach vorne schön nach vorne pushen ich werde mich jetzt um den sniper kümmern leider der hat schon tot ich bin immer wieder tot das darf doch nicht wahr sein ja vielleicht auch ein kleines bisschen weniger kommt schon verdammt wir müssen erstmal zeit spielen damit die keine chance haben sich nach vorne zu pushen 30 sekunden haben wir noch aber ich glaube das wird ein sieg ich denke es ey das ist ja hier grad richtig dich zu kotzen gerade ne das war keine gute idee aber kommt schon das wird was wenn wir die goldwischkanone erobern ja nice ja schön da haben wir zum glück noch die 30 gehalten dank meiner hilfe aber zum glück hatte ich luck hätte ich noch viel größeres luck hätten wir das schon im first try nach mehreren sekunden schon bestanden und habe somit einen rang übersprungen sehr schön das freut mich gleich auf b minus ja ok dann werde ich sagen wenn euch dieser part gefallen hat hier dann würde ich sagen könnt ihr gerne einen daumen hoch geben wenn ihr wollt könnt ihr mich auch gerne abonnieren und dann würde ich sagen sehen wir uns in einer weiteren part hier in spellet 2 online bis zum nächsten mal und Shiloh dann machts gut